Herr Reinhard, Tag zur Möcke für diesen wunderschönen Bootsausflug am Sonntagnachmittag. In Vorausschau darauf, dass es wunderschön werden würde, habe ich dir heute Morgen in St. Richard an Berlin-Rigsdorf ein kleines Stück aufgenommen. Er stammt aus dem katholischen Gesangbuch für Schweden, der Cecilia. Ich hoffe, es gefällt dir und es besinkt den Frühling. Ich freue mich schon auf die nächste Bootsfahrt, wenn du wieder da bist. Bis dann! Tschüss! Hej då! Musik 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 Amen. 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 Amen.